ahoi leute willkommen zurück bei sunkenland und diesen blöden pack den wir hatten so ich habe jetzt im großen ganzen alles schon wieder fertig flugzeug steht da habe auch schon kampfsperre und den stopp damit wir halt das dann machen können aber auch zwei stopp ja habt ihr uns noch dies gebaut noch maschinengewehr und dann wenn wir gleich wieder hin sie mal die sind wieder gut gelandet sind der nächsten ja 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 Was ist das? das bei der rüstung alter ist das denn wirklich ok hier machen wir jetzt gleich boh da 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das weiß ich. Dann sammeln wir jetzt mal fix alles ein. Das war aber echt nice. Oh. Ne, der liegt noch. Okay. Okay. Haben wir. Okay, 8 Uhr. Alles noch schön am Morgen. Das ganze Zeug wegpacken. Toll. Ja, wir sehen, wir haben auch einige Materialien weniger. Halt. Aber dafür haben wir das, was wir haben wollten. Und auch. Ah, oder eine Chemie. Ne, da. Okay, dann haben wir... Ne. Ne. Ach, quatsch. So. So. Das bleibt mir noch ersatz. Dann können wir langsam los. Wir gehen noch mal kurz was essen. Ne. 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 Jetzt bin ich gespannt, wie viel wir da gleich haben. Ich bin gespannt, wie viel wir da gleich haben. Uäh! schönen 300 er driftet ein bisschen ab oder naja wendel haben wir glück man kann auch mit wie und erst hin und her das ist ja interessant konnte ich jetzt nicht aber jetzt eben gewesen ist uns noch bevor wir nachgucken speichern wir 20 sind schon wieder da okay ach dass wir immer reparieren gehen sollen alter macht doch sowas nicht hat er mir den rücken geschaffen die kleinen bastarde aber ich hoffe nicht gemerkt Ja, ist klar. Was haben wir hier? Es ist gut, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, okay, dann nehmen wir wieder mit, weil das wird echt ganz so teuer, der ganze Scheiß. Ja, toll. Alter, da schauen wir mal. Oh, nee. Oh, nee. Okay. 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 Ah, schon wieder direkt da unten, ne? Ja. Hm. Telefon. De, 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 de. Okay. Ja, okay, klar. Oder? Stimmt, war ja hier. Und, was war ja hier? Du bist so, ja. Du bist so, ja. Und, da, sagst du ein bisschen. Ui, 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 ui. Wuh. Ui, 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 ui. Au, au, erst mal. Ich hab mal. So, wo ging es jetzt hier nochmal runter? Löten, ne? Was wollen wir hier? Da, Pfeile. Pfeile. Okay. Yo, 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 yo. Ja, so, ich bin wohl hier. Ich bin wohl hier. Ich bin wohl hier. Hier haben wir. Der ist hat Igel. Okay. Okay. Ne? So. Okay. Wir machen die mal erstmal weg. Die geben nämlich halt auf den Sack. Okay. So. Okay. Okay. So. Okay. So. Okay. Okay. so machen wir noch den, dann bringen wir erstmal den Blut weg, bloß das weise jetzt aber an den richtigen, das war hier, das war nicht hier, das war eine gute Idee, die Idee, also manchmal ist der echt Ruki Tuck hier im Laufen, manchmal ey, boah, als würde ich überhaupt nicht schiff drücken, zum Glück ist der noch da ok naja ok 2 teile wenn wir hier gleich wieder los nehmen wir das hier machen so jetzt bin ich gespannt wir können mehrere wir können mehrere machen jetzt sehe ich das ja gerade aber guck mal da ist gar keine plattform wir sollen da hingehen speichern so hätten wir von die auch gekonnt ok ok spiel speichern wenn es jetzt nichts wird müssen wir mit dem alt R4 rausgehen ich hoffe das klappt wenn nicht brauchen wir einen dritten Hubschrauber wir können jetzt auch nicht irgendwie abändern Mist Mist ah ich glaube die plattform ist es zum hochfahren ok ok schrubpatron und so können wir nicht mitnehmen ok denn tschau 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 mutiert doch ich zeige jetzt du Ach, Intryklo. und weder speichert das jetzt im hintergrund denn haben wir ein diverses kleines problem aber wenn wir kommen trotzdem noch an dem gut ran ich probiere das aus so bitte 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 03 es ist frisch ein update hergekommen gar nicht gekriegt da war dann bestimmt die neue tante drin ok bitte bitte lass uns da sein wo ich wollte jetzt hat geklappt gut ok was ist eigentlich wenn wir hier da haben wir auch nichts ne ich will das auch nicht runterhüpfen dann ist das auch wieder weg au 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 zu sagen wenn wir da jetzt mal drauf bollern ne so geil aber vielleicht müssen wir auch die ausschalten und dann funktioniert der wir probieren es mal aus ihr wisst ja studieren, geht vorprobieren den haben wir hier oben noch einen du möchtest, naja komm Komm. Hier auf den letzten Kugeln. Gut, die sind zwar jetzt alle. Essen. Aber, das ist uns ja erstmal egal. Ne. Hier. So, ein bisschen Platz haben wir jetzt gekriegt. Moment, wir machen nochmal den hier. So. Wir müssten theoretisch am besten schon mal ein bisschen leer sein. Dafür können wir einmal. Einmal leer sein. Allerdings wollten wir auch erstmal das eine Ding testen. Ob wir die Teile auch erstmal leer machen müssen. Äh ne. Hier wird er überhaupt noch hin. Ja. Dicke. sobald das nichts wird da kommen wir immer wieder landen wir oben haben uns musik gespart ach du scheiße oh Gott so schlechter schütze ich kann mir den schaffen dass er hier anhält könnten wir prinzipiell könnten heute wieder die folie ein bisschen länger oh hey wollen wir nicht ok 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 jetzt müssen wir ruhig auf das timing achten ja shit ok gucken wir mal ja man musste die schuldigung liebe entwickler ich wollte nicht maulen und meckern aber ich bin deutsch wir sind geboren zum meckern den fahrschuhl hätte ich schon ein bisschen schneller machen können hier tschuldigung aha toll 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 haben wir unseren Hut Hallo. Komm, nehmen wir alles. Der braucht es durch. Ich würde dich nehmen auch. Hm, den da, den da. Hm. Okay. Tschüss. Den da. Tschüss. Und der da. Tschüss. So, was haben wir hier? Ja. Oh ja. US-45, geil. Die wollten wir ja bauen. Ähm. Was schließen wir denn jetzt weg? Tschüss. Ja. Dann haben wir da wieder 5. Den haben wir auch da. Moderne Eisenlauf. Tschüss. Das ist nicht klar. Ja. Wuhu. Yeah. Wuhu. Okay. Muss ich sonst verstellen. Entschuldigung. Okay. Gegenstände gleich hart. Oh ja. Oh ja. Und die Komponenten. Hm. Was haben wir hier noch? Hm. Der schlägt. Können wir den hier lassen? Den nehmen wir mit. Dit, dit, dit auf jeden Fall. Das, 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 data und data. Benzin, data. Okay. Den würde ich auch mitnehmen. Was lassen wir denn hier von hier? Tschüss. Ja. Schrotfinden. Ja doch eigentlich schon. Gibt uns ja auch wieder Teile. Was lassen wir denn da für da? Hm. Hm. Gesehen. Ach, hellig. Und so schön, so schön, so schön, dass wir zwei besetzt haben. So, was ist, wieso ist da eigentlich so ein Punkt? Was soll denn das sein? Naja, egal. Äh, hier, guck mal. Haben wir. Der Ash-Bond vor Posten. Dies ist der Hauptsitz der Jägervereinigung. Wie bereits erwähnt, sollten diese Lörtner nicht unterschätzt werden. Sie sind gut ausgerüstet und gut ausgebildet. Bevor ich einen Angriff starte, muss ich sicherstellen, dass ich mich mit meinen besten Waffen und Rüstungen ausgerüstet habe. Und ich sollte auch eine ausreichende Menge an Lebensmittel und medizinischem Material mitführen. Die Reise ist lang. Daher sollte ich darauf vorbereitet sein, dort zu übernachten. Alles klar, machen wir später. Gut, dann würde ich sagen, Moment. Und, haha, machen wir so. Hier, Foto. Okay, nur eins. Ja, klasse, Leute. Klasse, 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 klasse. Wir haben es geschafft. Zur vollsten Zufriedenheit. Zwei Folgen Rumgemecker und Gemäule war umsonst. Wir müssen jetzt, wir müssen diese scheiß Teile kaputt machen. Ah, aber gut. Gut, 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 gut. Dann sage ich mal, danke, Leute, dass ihr bei wart. Lasst ein Däumchen da. Ach so, Däumchen. Ihr habt echt die Folge geliked, wo ich den Bug hatte. Echt, also den angeblichen Bug jetzt. Und die anderen Folgen nicht. Ihr seid ein paar Ärsche. Also, lasst heute bitte auch mit einem Däumchen da, weil es geklappt hat. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.